Okay, Leute, ich muss euch kurz was erzählen. Ähm... Ich hab eine Waffe vergessen. Ja, ich hab eine fucking Waffe vergessen. Den Revolver. Ich zeig euch, wo er gleich ist auf der Karte. Ihr könnt ihn finden. Ich hol ihn nicht mehr. Da musste ich wieder rück, äh, bis zum Stockwerk 4 und danach paar Meter... Nein, das sind mehrere Meter eigentlich. Ähm, paar Meter durchgehen und ich hab keinen Bock drauf. Ich scheiße auf die Waffe. Wenn ihr die hier haben wollt, holt euch die. Ich hol die mir nicht mehr. Komm, beeil dich. Und wir sind gleich auch bei Kapitel 12. Es geht jetzt richtig schnell. Okay. Es kommt gleich am Boss weit. Seid schon bereit. Ah, wir sind gleich. Okay, mach mal. Ihr werdet euch gleich, ihr werdet den Boss gleich wiedererkennen. Diesen Homo. Ja, der Fetzer kehrt zurück. Sie sieht man kein Leben bei ihm. Wieso sehe ich kein Leben bei ihm? Ja, restart. Eigentlich muss man Leben bei ihm sehen. Ich muss gleich abhauen. Hm, wartet. Okay, ich habe die ultimative Methode gefunden, ihn zu töten. Schaut mal euch das an. Der Schwachkopf kommt nicht mal auf die Idee, mich hier abzuschießen und abzuhacken. Damit habe ich ihn besiegt. Und ich speichere das mal kurz. Okay, ich habe ihn jetzt besiegt. Mit komischen Mitteln, würde ich mal echt sagen. Ich weiß nicht, ob das ein Wack vom Spiel ist, aber irgendwie habe ich ihn geschafft. Ich weiß gar nicht, welche Tür ich gehen soll. Oh, Leben! Okay, und dann hier? Oh, Leben! Oh! 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 No Map, okay. Das ist fucking time. Ich schreie nicht so rum, Mann. Ich wusste nicht, dass hier ein Raum ist, der mich heilt, aber naja. Wenigstens habe ich den jetzt gefunden. Okay. Aber komischerweise habe ich den Boss schnell besiegt. Okay, wieso kommt hier nichts? Oh, Karte. Fast hätte ich das übersehen. Aber nur fast. Yes, Sniper Munition. So ist das fein. Ich glaube, diese Gesichter haben wir auch Level Up bekommen. Ja, ich weiß, ihr habt Probleme. Ja. 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 Dann werden wir auch mal besiegt haben. Und so wie 카 die 3 gegen Lorke ist er hier vorgen. Und so ist das eine Reinhmermente. Okay. Das crusht drauf. doch richtig mit ihrem leben soll echt mit koffer immer anhören das klingt so hässlich warte mal die große tier da ich weiß gar nicht soll ich jetzt ins trippenhaus halt die fresse okay dann heißt es dass ich in den großen raum gehen soll nachdem ich den raum hier untersucht habe nach allem wertvollen hier hallo wieso will ich leben man da kann man doch nicht mal richtig spielen diese geräusche von diesen missgeburten nervt richtig ich ja 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 Oh, oh, oh. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich nehme noch ein kleines Stückchen auf und danach bin ich heute. Ich habe heute dann vier Aufnahmen gemacht. Hier kommt der nächste Kandidat. Boah, wie ich die alle hasse. Und dann muss ich die Treppen runter, oder? Zum ersten Stock. Oh, ich muss also weiter hier machen. Yay, darauf freue ich mich ja so sehr. Leben. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.